Musik Oh mein Gott, ich mach den F*** Yo Leute, was geht? Ich bin's mal wieder, euer Marcus Blaze Und Leute, ich möchte euch jetzt fragen, was zum F*** ich hier falsch mache In diesem Scheiß-Spiel Guckt's euch einfach nur an Guckt's euch mal an Ich werde das jetzt nebenbei so kommentieren So neben den angucken So, am Anfang geht's eigentlich noch ziemlich gut Was heißt ziemlich? Das war natürlich kein Weitschuss, weil... Warum denn auch? Okay Dreier, glaub ich, sind wir Vierer sind wir Passt Okay, hier wurde ich irgendwo angehittet Keine Ahnung von wo Ist halt normal in dem Spiel Dann der Typ, der rechts neben mir Der hat mich auch übelst abgefuckt Warum schießt der Typ, Alter? Er ist Level 37 oder 36, Digga Guck, und... Ja, Digga! Na klar kann er mir ein Quickscope geben, Alter Hätte ja auch nur mehr ein Kill gebraucht für Blutrünstig, um die Scheiß-Waffe auf Gold zu machen Aber warum denn auch? Natürlich, Alter! So ein Lappen, der Typ 39, glaub ich, ist er Ich seh das nicht von der Distanz Digga, what the fuck ist bei ihm, Alter? Natürlich holt's wieder nur mich, weil mein Team-Hate, den juckt das ja nicht, ne? Nee, Digga, nee! Nee! Da haben wir schon den zweiten sinnlosen Tod in dem Spiel Warum ich jetzt so rumheule, ist der Grund, weil ich die ganze Zeit so gekillt werde in dem Spiel Die ganze Zeit Es ist nicht nur einmal so Es ist irgendwie jeder Tod so lächerlich Ich kann nicht mehr, Leute Mein Controller leidet so extrem Der ist heute jetzt schon auch wieder geflogen Gestern ist er geflogen Die L1-Taste fliegt die ganze Zeit raus Der Controller leidet so extrem Nee, natürlich bekommt man da nur Assist Ist doch klar, Digga! Warum denn auch? Ein Kill wär ja zu viel verlangt Oh, da ist ein Gegner und Ah, nein! Da muss die Waffe aufhören zu schießen, damit der ja den Kill bekommt Ja, Digga! Genau so gönnt man sich das Oh Nee Nee, Alter Allein schon jetzt hab ich keinen Bock mehr weiterzukommentieren Aber ich will, dass ihr das seht Da, natürlich gibt er mir Ja, wahrscheinlich, Alter So ein No-Hand, ne? Nee, lächerlich, Alter Also Noch beschissener und noch blöder geht's ja wirklich nicht mehr Ich glaub, das ist jetzt dann gleich die Szene mit der Schwebeladung Keine Ahnung, was er da jetzt macht Guckt euch das an Was zum Fick macht der da? Was? What the fuck? Digga, was? Digga, was macht der da? Ich hab absolut keinen Plan, was der grad gemacht hat Hat der grad Geguckt, dass er nicht stirbt, oder was? Keine Ahnung Sterben mit Anlauf, Digga Digga, what the fuck, Alter? Na klar, bist du da instant down Ist doch klar, Alter Snipen ja nur Ist ja nicht so, dass ich beim Snipen nur Hitmarker bekomme? Nee, die Gegner bekommen immer One-Shot Okay, das ist Verbündete Schwebeladung Also, ich hab wirklich mal den Controller wieder quer durchs Zimmer geschmissen Ah, na klar, Digga Der Gott ist Movement, ne? Ist ja eh klar Ah, da unten ist einer Ah, er verzieht sich wieder, weil er will da den hier Klicken Na klar ist da einer Guckt, und jetzt guckt er Jetzt guckt es euch an Guckt es euch an Guckt es euch an What the fuck sind das für Gegner, Mann? Ah! Ungefähr so hat es angehört, wo er mich gekillt hat, der Schmierpenis Wahnsinn, du bekommst durch einen Hitmarker 25% Assists, also 25% Assists, das ist schon heftig irgendwie Alter Team-Match-Höbeladung Alles klar, Digga Ja, Digga Der beste Quickscope ever Den Quickscope, der war so schnell, dass ihr ihn gar nicht gesehen habt, Leute Da bekommen wir natürlich auch einen Assist, weil ist ja nicht so, dass ich ihn komplett Angeschossen habe Ja, jetzt muss hier wieder irgendwo der Sniper glaub ich sein Ja, Digga Wahrscheinlich, Alter Also solche Runden, wirklich Muss ich dazu noch irgendwas sagen, Leute Und da war die Szene, da war es dann, glaube ich, zu viel Das war zu viel Jetzt ist er da irgendwo mit da Ah, nee 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 Irgendwie geht's noch Ah, jetzt ist gleich der Moment, wo ich sage, nee Das muss dann meistens nicht mal irgend so ein lächerlicher Tod sein, sondern das muss irgend so was sein Einfach da, wo Einfach so ein sinnloser Tod zum Beispiel Wenn er mir da gibt Zwei Sind wir da Und da die Schwebeladung Digga, sie sucht nur mich Sie fährt an all den Leuten vorbei Sie fährt überall vorbei Killt nur mich, Digga Ich bin der einzige Typ in dem Team, Digga Keine Ahnung, wo die anderen Team-Mets sind Die sind unsichtbar in der Zeit, wo die Schwebeladung da ist Wenn die Schwebeladung herumfährt, Digga Dann bin ich so ein Wie sagt man da? Dann bin ich so ein roter Punkt auf der Karte So für alle sichtbar, Digga Mit Pfeilen markiert Wahrscheinlich Keine Ahnung, Digga Ich check das nicht Ich check's nicht Na klar, gibt er mir da Und da, glaube ich, ist der Controller geflogen, Leute Na klar, gibt er mir da Ja, ganz easy, oder? Ja, da ist er geflogen Der Controller Nee, Leute Ich verstehe es einfach nicht, Alter Ich verstehe es nicht Also bei solchen Runden Da denke ich mir wirklich, Alter Was zum Fick habe ich falsch gemacht In diesem Spiel Dass ich sowas die ganze Zeit abbekomme Eine Frage Liegt es wirklich nur im Internet? Liegt es wirklich nur im Internet? Weil wenn es nur im Internet liegt, Leute Da muss ich fast irgendwas investieren Um das zu ändern Ich halte sowas nicht mehr aus Das ist nicht mehr erträglich, Leute Kein Scheiß Ich pack's nicht mehr Ich pack's wirklich nicht mehr So, Leute Und weil es so schön ist Kriegt ihr noch eine zweite Folge Da ist es jetzt nicht mehr so extrem Aber es ist trotzdem immer noch belastend Viel Spaß So, Leute Weil es so schön ist Dann noch eine Runde So Oh ja, die Shotgun hört man So muss das, Digga Ja Genau so Natürlich ist da das ganze Gegner-Team oben Leute Sowas muss einfach auch mal gezeigt werden Weil es sind nicht jede Es sind nicht die ganzen Lobbys immer so toll Und so Wie es Master Scorpion Oder Whisker Bass Oder solche COD-YouTuber zeigen Das ist nicht der Fall Vielleicht bei denen Bei mir nicht Und da läuft's Man denkt es läuft Ja Die Szene, Alter What the fuck, Mann Seit wann ist Pharoah so stark Mit Schallämpfer, Digga Die gibt mir die ganze Zeit One Burst What the fuck, Alter Okay, da haben wir einen Die zweiten haben wir auch Ja Hier mach ich grad die Kampftarnung Bei denen geht das gut Weil die schimmeln eh da oben alle Na klar, muss mich die Nate holen Was denn auch sonst, Digga Wenn's die scheiß Dinger nicht geben würde Dann würde ich, glaub ich, nie sterben In dem Spiel Ich hab keine Ahnung, Digga Wenn's die Spezialistenwaffen nicht gibt Und die Nades Und C4 Und Blank Granaten Dann sterbe ich auch oft, Alter Dann glaub ich, würde ich nie sterben In dem Spiel Ah doch, weil die Waffe legt ja Ich weiß nicht, warum ich das gechallenged hab Aber trotzdem lächerlich Wie er die Hitmarke bekommt What the fuck, Alter Er bekommt einfach alle Hitmarke auf einmal Oh, ihm hab ich gut gegeben Kann ja verkaufen gehen, wenn er will Na klar, Alter Connected nix, ne Ja, Digga Das sind so viele Leute Die C4 holt Nur mich, Alter Irgendwie macht das Spaß So nachkommentieren Jetzt pass auf Hinter uns Da, den ersten holen wir gut Und den zweiten Keine Chance mit Kriegsmaschine Ich sterbe generell immer bei Kriegsmaschine Wenn ich das Ding hab, Digga Dann schieße ich bei den Gegnern überall zwischendurch, Digga Wer verwirrt hier wen? Ich will ihn verwirren Er verwirrt mich, Alter Guckt euch das an What the fuck, wie ihr springt Vor allem jeder Burst ist drauf, Alter Jeder Burst, als wie wer das wüsste Das check ich nicht, Alter Sense ist sowieso klar Da stirbst du immer Also ich halt Ich sterbe generell Auch wenn ich Sense hab Sterbe ich auch als erstes Ah, Heap, ja Digga Und schön auf dem Kopf Guckt euch das an Ja Ah, von der Seite Ah, krasser Spawn Wirklich Respekt Natürlich der Typ wieder Mit Razorback, Digga Recoil kennt er auch nicht Das Wort Ah, der liegt da am Boden Gönnt euch den Scheiß Ach, hinter uns Ah, nett Also die Spawns in TDMs Sind so vergewaltigt Ne, wirklich Kein Scheiß jetzt Guck mal Ich will ihn so hart geben Ich will nicht von ihm sterben Ah, es ist Einfach unmöglich Ja, hol einfach drei Leute Mit Dings Natürlich habe ich gegen den Auch keine Chance Da wollte ich ihn boxen Aber keine Chance Äh, ist wohl lächerlich Alles klar Wie lange will ich noch drauf schießen Obwohl er schon tot ist Er neben mir mit Ripper, Digga What the fuck Seinen Lappen Und hinter mir wieder mit Razor Ne, mit Faro Ich bin jetzt in den letzten fünf Spielen So krass negativ gegangen Es ist einfach Jetzt pass auf Digga, was macht der Wo ist der Normale Menschen Laufen da rein Ja, aber keine Ahnung Was er macht Alter Ihn kann ich nennen Ihn wollte ich nicht ernst nehmen Den Typen wollte ich nicht ernst nehmen Alles klar, Digga Und schon wieder tot Ja, die Leute aus der Hüfte Einfach alles treffen Wie geht so was Und schon Ah, ne Aber meine anderen Team Jetzt sind durch Nade gestorben Gibt ja nur Nade in den Spiel Da brauchten schon noch Alle Waffen Wenn es Nades gibt Und natürlich Assist, Digga Wer ja nur mehr Kein Schuss gewesen Das wäre zu viel verlangt Das geht ja natürlich nicht Boah, Digga Dead Gun fällt man Intensiv Intensiv Da kriege ich keinen Hitmarker War ja anscheinend nicht drauf Erledigt Es gibt keine Worte Was Digga Was labere ich schon wieder für eine Scheiße Digga Lerne endlich Deutsch Boah Wenn euch sowas gefallen hat Dann könnt ihr ja gerne bewerten Müsst ihr aber nicht Wie ihr wollt Wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt Könnt ihr auch gerne einen Kommentar schreiben Ich freu mich natürlich über jedes Kommentar immer Wenn ihr was schreibt Da freu ich mich wirklich Das feiere ich wirklich Ne Leute Da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen Dann würde ich sagen Haut rein Bis zum nächsten Mal Euer Markus Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal